hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde grounded mit dem raki ja in dieser folge wollen wir hier oben den seilrutschen ankerpunkt zu ende bauen und die verbindung zum neuen gebiet fertig machen deswegen gehe ich jetzt mal eben mit euch runter beziehungsweise spring mal runter ich habe nämlich so ein pfeil mit so ein so ein segler mitnehmen dann brauche ich jetzt hier nicht so ein und wir gucken ob ich hier noch ein bisschen ton habe ich hoffe schon nö tatsächlich nicht anscheinend nicht dann muss ich doch noch mal hinten rüber laufen da hinten gibt es nämlich eine menge ton dann werde ich da mal rüber laufen habe ich eigentlich noch die andere russi mit nö da hinten gibt es eine menge ton aber natürlich auch mit kies und spinnies da ist schon spielen hier ist auch wieder da so die haben wir schon mal und noch eine toll so viele gleich mal na gut da kommt mal alle hierher kommt mal zum papa na spinnie das ging ja schnell drei schläge na spinnie aber wollte ich ja nur ein bisschen ton würde ich ja mal sagen aber seine brauche auch so jetzt mal eben zurück ich wollte jetzt nicht gerade unbedingt sterben wenn es geht ja tun habe ich auch will stelle ich gerade fest ich habe gar nichts zu essen mit ja dann gehen wir mal schnell zurück eben was essen und auf der auf aufheisen sozusagen auftanken holen wir mal hier das türchen zu so die ganzen spinnenteile mal loswerden und seien ganz viel seien das schon mal gut ja hier haben wir noch ein bisschen was getrocknet ist also da kann ich noch den kleinen milbenmann hier erklärt das läusefleisch noch eben braten dann kann ich mir eine kleine lausse beraten so jetzt müsste ich mir mal gucken wie lange das noch dauert bis ich heile bin oder soll ich mir noch schnell so ein smoothie machen vielleicht einen kleinen smoothie äh was kann ich denn machen ich habe keine sprösslinge mehr ne oder ich besorge mir ja schnell noch sprösslinge hier müssen ja noch welche sein ach guten tag so die haben wir auch schon mal wieder das essen mit mitgenommen gleich wieder besorgt so ich wollte ja eigentlich ton haben so ist das background so ist das background man kommt immer von einer sache zur nächsten und wahnsinn so die braten alle schön und die anderen mache ich glaube ich wieder hier drauf besser als nix bevor mir das schlecht wird werden die wenigstens gedörrt ne so und jetzt bin ich immer noch nicht fit jetzt muss ich mir noch so schnell so ein smoothie machen ein smoothie smoothie einen schnellen zack was habe ich denn da da habe ich noch welche da drei stück das müsste reichen dann nehme ich mir die mal hier drauf so bin ich wieder geheilt jetzt gehe ich mir die schnell holen bevor es dahinten noch mehr ungeziefer angefläucht kommt ich möchte jetzt gerne da hinten nur ein bisschen ton besorgt so ton brauche ich auch noch warte mal auch die schippe es dürfte auch keine spinne sein gerade habe ich ja gerade erst besiegt ich hoffe nicht da ist nichts keine spinne nur eine blöde mücke noch aber die muss ich wahrscheinlich auch besiegen ja na komm mal her mücke zack weg ist sie so und jetzt ist ja im Moment nix mehr was stört da hinten sind noch ein paar bombis die nerven jetzt so ein bisschen aber die sind zu weit weg da passiert nix eins zwei bisschen ton wunderbar das auch noch ein bisschen trinken auch noch eins und zwei achso mit einem schlag geht es da manchmal finde ich schon mal gut so wo ist denn noch mehr ton da hinten das reicht mir dann glaube ich hier sind fliegen ohne ende ne so na komm dann hole ich den auch noch dann habe ich sie alle so hier nervigen fliegen ach hier ist auch noch ton ok so wer einmal hier ist dann besorgt man natürlich auch noch mal sprickys so genug ne ausreichend sprickys die braucht man ja doch immer wieder mal und die kann man zuhause einlagern die werden ja nicht schlecht so das hätten wir das hätten wir schon mal das ist schon mal gut das ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 so alles schön eingelagert ach so fertig wohl alle fertig sind sie hier habe ich aber voll schwein ich weiß gar nicht wie viel ich dafür brauche aber auch eine ganze menge jetzt muss man gucken wie viel sein soll habe ich denn die nehme ich auch noch mit dann habe ich eine menge 19 21 ja so okay so dann kann ich das ding glaube ich oben bauen hoffe ich mal zack ist so und jetzt brauche ich eine verbindung dahin okay und zwar mache ich die weg die weg die mache ich weg nach dem weg wupps bekomme ich 16 zurück oder so die machen auch weg und das ding ich hoffe mal fällt nichts runter jetzt hier was noch wertvoll ist aber das klappt wohl so legen wir hier oben drauf jetzt gucken wir mal ob ich die verbindung hinbekommen so dann sagt das ist die verbindung da hinten rüber fertig jetzt könnte ich mal rüber rutschen testweise das können wir eigentlich auch machen jetzt muss man gucken ob ich genug ist mit dem ich besorgen nach eben essen und dann rutschen wir rüber und dann probieren wir das mal aus ob das jetzt schnell genug geht 20 39 jetzt mache ich folgendes jetzt kenne glaube ich oder mal werde ich dann wach vier uhr nächste früh viel zu früh rutschen wir doch rüber ist egal ich besorgen wir nur hier noch schnell so ein paar mumpfys ne besorge ich mir und jetzt sausen rüber ne sausen rüber mit dem neuen der neuen verbindung die neue verbindung ist schon cool den ganzen seilen hier wahnsinn gucken wir mal hier hoch geht müsste ja auch gehen kommt man hier aus zack 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 und dann ist man hier und dann kann hier hoch das geht so jetzt rutschen wir mal gemeinsam rüber ich bin gespannt das dauert aber es sieht schon ein bisschen schneller aus sieht auf jeden fall schneller aus auch nicht mehr so mega ewig ja doch 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 Und dann die Verbindung noch zurück, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn jetzt noch? Noch 15, ne? Reicht wahrscheinlich nicht aus, um noch die Verbindung zurückzubauen oder anzuschauen. Es dauert zwar noch so 30 Sekunden, aber nicht mehr so lange wie vorher. Oh ne, so ne blöde Mücke. Nein. Ab, blöde Mücke. Ab, nein. Ab, bloß ab. Ach, die ist, die ist, ich bin zu schnell für die, ne? Ach, Gott sei Dank. Tja, die macht der Minzkeule, ne? Sag ich nur. So, jetzt laufe ich noch eben und mache ich hier oben die, ähm, die Rob... Ach so, die Verbindung wollte ich ja gucken. Aha, das habe ich schon beinahe wieder vergessen, ne? Die hat mich abgelenkt, die Mücke. So, was, mal gucken. Also hier können wir runter auf jeden Fall. Ähm, da hinten auf den Berg und, äh, da unten runter könnte ich auch. Das wäre dann mega steil. Aber ich möchte ja auch zum, äh, zum, so Eiche, ne? Wie spät ist denn? 22 Uhr. Jetzt kann ich eigentlich mal eben pennen gehen. Warte mal, ich gehe jetzt mal eben schlafen. Dann laufe ich zurück, damit wir was sehen können. Und dann besorgen wir uns noch die Raw Signs, die da unten sind, damit wir die auch endlich haben. Und dann laufe wir zurück. Na, da haben wir die Folge auch geschafft. Jetzt laufe ich noch schnell zu dem Lean-To. Das ist ja da hinten. Genau, hier ist das, ups, hier ist das Raw Signs. Jetzt gehe ich aber immerhin pennen. Hier rein, einmal schlafen gehen, gute Nacht. Und einen wunderschönen guten Morgen. Da sind wir wieder. Und eine Kelle-Assel, ne? Eine kleine Kelle-Assel. Tja, lass mich überlegen, ne? Wir müssen ja runterrutschen, nicht rauf, ne? Die einzige Verbindung hier runter wäre da runter, ne? Geht natürlich auch. Oder man muss noch mal gucken, wo man die Verbindung hinbekommt. Also, äh, verbinden. Das wäre blockiert. Und das auch. Das ist verbunden. Die hier. Ich glaube, die ist cool. Die hier. 15 verfügbar. Zack. Die nehme ich, ne? Da kommt man dann zurück. Da muss ich jetzt noch ein bisschen was suchen. Okay. So, das haben wir geschafft. Wunderbar. Ich brauche wieder Spinnis. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo diese Raw Signs-Teile sind. Oh, ich habe nichts mehr zu essen und zu trinken. Das ist ja... Trinken wir mal und essen was. Ich habe hier noch so ein bisschen Wewe. Und das hier. Lecker. Genug mitgenommen. Genau. Und da unten ist das, ne? Da sause ich jetzt mal hin. Wumms. Ich glaube, hier so hin. 500, ne? Schon eine Menge. Cool. So. Ich glaube, wenn man hier lang läuft, kommt die nächste. Meine ich. Hier so am Rand lang. Ui. Da kommt man nicht lang. So ein Ärger. Ich dachte, da käme man lang, ne? Aber da müsste noch irgendwo Raw Signs sein. Hier irgendwo. Ah. Hier, da hinten ist es schon. Ich sehe es schon. Ach komm. Lass mich doch hier nicht so blöd laufen. Oh, da sind diese Sprenkel. So muss man durchlaufen, schnell. Wieder 100, ne? So, jetzt habe ich aber alle. Kommt man da rauf? Oh, ja. Da hoch? Nö. Da hoch nicht. Aber hier, oh. Alter Schwede. Aber hier, ne? Ist gar nicht so einfach hier. Ach, da ist die Brücke. Da ist die Brücke. Und da ist der Picknick-Tisch, ne? Jetzt überlege ich mal. Ist da das Glas oder was? Ach nee, da ist auch noch Dings. Ja. Wie kommt man jetzt hier weiter? Jetzt überlege ich, überlege ich, überlege ich. Da ist der Picknick-Table. Da möchte ich eigentlich hoch. Ich könnte mich natürlich auch hochbauen, ne? Ich könnte mich natürlich auch hochbauen. Jetzt aber nichts wie weg. Der explodiert ja da immer. Hier kann man natürlich auch. Hier könnte man natürlich auch ein bisschen bauen. Hier kann man natürlich auch hochbauen. Hier kann man natürlich auch hochbauen. Ich könnte mich auch hochbauen. Ja, da war die Stelle. So, Freunde, ich laufe jetzt einfach mal wieder zum Frankenlein, mache hier die Tür mal in Ordnung, endlich. Die muss ja auch endlich fertig werden. So, dafür habe ich auch die Seile mitgenommen. So, die haben wir auch fertig. Und hier fehlt noch ein bisschen Seil. Okay, jetzt habe ich zumindest das hier fertig. Die Stängel nehme ich mal mit rein. Die lasse ich jetzt nicht hier rumliegen. Finde ich dann Verschwendung. Deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Hat super Spaß gemacht. Wir haben auch wieder einiges geschafft. Wir haben Raw Science besucht. Wir haben dafür gesorgt, dass es weitergehen kann an dieser Stelle. Ich kletter mal hier oben rauf und verabschiede mich mal von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben da eine Verbindung gemacht, eine neue. Die müssen wir uns noch angucken, ob die hinten gut ist. Das könnte man natürlich jetzt noch eben machen. Mal gucken, ob die Verbindung gut ist, ob die wirklich nach unten läuft. Das könnte ich machen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das mal eben. Dann sehen wir uns am Strandpalast wieder. Ich sause jetzt mal eben rüber. Wir sehen uns am Strandpalast wieder. Und dann gucken wir uns diese Verbindung an, ob man die dann sehen kann. Ob die auch in einem durchgeht. Und vielleicht habe ich ja noch Seil. Dann machen wir die Verbindung fertig. Dann können wir da auch zurückrutschen. Direkt zum Strandpalast. Was ja ein Riesenvorteil wäre. Ich sage mal, bis gleich. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns danach in die nächste Folge. Aber jetzt gehen wir noch eben zurück zum Strandpalast und gucken, ob die Verbindung passt. Also bis gleich. So Freunde, da könnt ihr die Verbindung sehen. Die geht von hinten rüber. Das scheint genau zu passen. Einmal oben, einmal unten. Das ist super. Das ist auf jeden Fall super. Da ist die Verbindung da. Hier könnt ihr die sehen. Da kommt man auch hier aus. Da läuft es rüber. Ja, da müsste es passen. Ob die jetzt steil genug ist, weiß ich nicht. Da müsste ich nochmal eben schauen. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht reicht es auch nicht aus. Und ich muss ja noch außen was bauen. Irgendwie. Und ich lasse das mal. Das sieht nicht so steil aus. Da rutscht man wahrscheinlich wieder ewig. Auf jeden Fall ist das die Verbindung. Hier die, ne? Genau. Die da rüber geht. Aber die sieht eben nicht steil aus. Hat nicht genug Gefälle, das Ding. Deswegen, weiß nicht. Ich glaube, das lasse ich. Dann würde ich eher noch einen neuen Seilrutschen-Ankerpunkt irgendwie hier auslagern. Nach außen. Dass man hier unten noch einen hat. Hier außen. So. Und den aber weiter unten. Hier so. Was weiß ich. Hier. Oder noch eine weiter unten. Vielleicht hier. Am Balkon dran. Dann bauen wir halt hier noch einen dran, ne? Hier so. Das müsste hinkommen, ne? Das müsste hinkommen, oder? Oder hier. Hier so. Das ist zu tief wahrscheinlich. Ja, muss ich nochmal überlegen. Okay, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund. Und munter. Man sieht sich. Bis dann. Euer Raki. Tschüss. 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 Tschüss.